Was ist die Yoga-Kobra? Die Kobra gehört zu den Rückwärtsbeugen. Was ist also die Yoga-Kobra? Eine Yoga-Stellung, die mit Rückbeuge verbunden ist. In der Grundstellung liegt man erst auf dem Bauch, gibt die Stirn auf den Boden, gibt die Hände unter die Schultern und dann streckt man den Scheitel nach vorne, hebt langsam den Kopf hoch, hebt den Brustkorb hoch. Und dann gibt es verschiedene Variationen der Yoga-Kobra. In der Stellung für Anfänger lässt man typischerweise den Nabel am Boden, hebt nur den Brustkorb und den Kopf etwas. Mittelstufe heben dann auch den Bauch weiter nach oben und strecken die Arme fast ganz durch, achten dabei darauf, dass die Innenseite der Handballen stark auf dem Boden sind. Dann gibt es die fortgeschrittenere Variante, die Königskobra. Man hebt die Füße hoch und gibt die Füße Richtung Hinterkopf. Wenn du diesen Vortrag als Video siehst, dann siehst du gerade neben mir, meine Frau, wie sie die Füße Richtung Kopf gibt. Und natürlich, sie schaut dich jetzt auch an, ansonsten könnte sie auch die Füße ganz auf den Kopf geben. Was ist die Yoga-Kobra? Also eine Asana, eine Yoga-Stellung. Sie ist die sechste der Grundstellungen in der Yoga-Vidya-Reihe, die da besteht aus Kopfstand, Schulterstand, Pflug, Fisch, Vorwärtsbeuge. Dann folgt eben die Kobra, Bhujangasana. Danach folgt Heuschrecke, Bogen, Drehsitz, Pfau, stehende Vorwärtsbeuge und Dreieck. Was ist die Yoga-Kobra? Eine Rückbeuge, die erste der Rückbeugen der zwölf Grundstellungen. Was ist die Yoga-Kobra? Eine Übung zur Stärkung der Rückenmuskulatur. Und je nach Variante ist es eher die untere, die mittlere oder die obere Rückenmuskulatur, die gestärkt wird. Was ist die Yoga-Kobra? Eine der vielen Stellungen, welche die feinstoffliche Wirbelsäule, diese Schumna aktiviert. Was ist die Yoga-Kobra? Eine Stellung, die hilft, dass die Energie nach oben steigt und du dein drittes Auge spürst. Was ist die Yoga-Kobra? Eine herzöffnende Übung. Wenn du die Yoga-Kobra machst, fühlst du eine Weite im Brustkorb, eine Leichtigkeit, eine Freude und eine Liebe. Und was ist die Yoga-Kobra? Eine wunderschöne Übung zur Stärkung des Rückens, zur Stärkung der Rückenmuskulatur und damit auch vorbeugend gegen verschiedene Rückenbeschwerden. Was ist die Yoga-Kobra? Eine gute Massage der Nieren und auch eine sehr gute Übung für die weiblichen Organe. Was ist die Yoga-Kobra? Auch eine wunderbare Übung gegen Durchfall und noch mehr gegen Verstopfung. Harmonisiert also die Verdauungsfunktion. Wenn dir dieser Vortrag gefällt, dann klicke doch auf Daumen hoch oder gefällt mir oder teile den Link zur Sendung in deinem bevorzugten sozialen Netzwerk oder per E-Mail. Mehr zur Kobra und auch viele Übungsvideos mit der Kobra findest du auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de. Da gibt es ein Suchfeld. Gib einfach ein Kobra oder Kobra für Anfänger oder Kobra-Variationen und da bekommst du mehr Infos zum Thema. Alles Gute! 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 Vielen Dank.